Egal ob für RB Leipzig oder in der Nationalmannschaft, Timo Werner trifft momentan wie er will und ist deswegen heiß begehrt bei Europas Top-Klubs. Angeblich zählt auch Real Madrid zu den Interessenten, wie der spanische TV-Sender La Sexta berichtet. Demnach habe Real zuletzt Scouts nach Deutschland geschickt, um Werner beim Länderspiel gegen Norwegen beobachten zu lassen. Die Erkenntnisse dürften den Königlichen gefallen haben. Werner traf in seinem sechsten Länderspiel doppelt und hat damit bereits acht Tore für die Nationalelf auf dem Konto. Ist Werner also ein Mann für Madrid? Laut La Sexta könnte Real im kommenden Sommer ein Angebot für ihn abgeben. Als Ablösesumme sind 50 Millionen Euro im Gespräch. Werner hat in Leipzig noch einen Vertrag bis 2020. Der Verein würde aber gerne vorzeitig mit ihm verlängern. Gegenüber Sport1 betonte Werner jüngst, dass er sich total wohl in Leipzig fühle. Der Wechsel zu RB im Sommer 2016 habe ihn in jeder Hinsicht weitergebracht. Derweil ist ein anderer La Liga-Wechsel geplatzt, nämlich beim FC Barcelona. Die Katalanen wollten Mittelfeldmann Ada Turan für zwei Jahre an Galatasaray Istanbul verleihen und hatten bereits eine Einigung erzielt. Laut der spanischen Zeitung Marca lehnten jedoch einige Galafans den Wechsel ab. Daraufhin legte Turan selbst ein Beto ein. Der Grund, er wolle an keinen Ort, an dem er nicht geschätzt werde. Turan hatte seine Profikarriere einst bei Galatasaray gestartet. Sein Vertrag bei Barca läuft noch bis 2020.